Warte, warte, warte. Doch, jetzt spring hinterher! Macht das Sinn? Jetzt bin ich hier. Ja. Jetzt geh durch und mach ich mein gelbes hier hin. Ähm, was willst du machen? Dann kommst du da raus. Ach so, ja, ja. Dann bist du da oben. Stopp, nicht! Das war... zu spät. Jetzt muss ich ja auch noch irgendwie dahin... Ah doch, warte! Ja, natürlich. Ich spring einfach zurück. Und dann nochmal durch, genau. Oh Gott! Wir sind gar nicht so doof, wie du aussiehst, Mann. Gott, ich hasse diese Map. Ich hasse sie hier unglaublich. Ja, verständlich. Ich versteh sie nie. Warte, ich setz dich mal irgendwo hin. Ja, ja, das hast du jetzt halt. Flieg du einfach mal. Ich bin bei dem Schalter angekommen. Alles gut, es ist da drüben was aufgegangen. Mhm. Nicht, dass uns das irgendwas bringt. Ist dir das zugegangen? Ist das nur ein Schalter oder ist das, was ist das? Nee, ist nur ein Schalter. Also nur draufstell, wenn ich weggehe, dann weg. Ding. Okay. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist dieses T-Shoting? Da kommt ein Bällchen raus. Ja, ja. Aber der Knopf dafür ist wo? Ach, da unten. Warte mal, ähm, ja, du musst dir jetzt da ein Portal hinstellen. Also da und dann das T-Shoting. Dann fliegst du einfach bis dahinten rein, wenn ich hier die Türe aufmache. Mach mal die Tür auf. Müsste hinkommen müssen. Aua. Wenn was trifft. Ja, also bin ich hier drin. Doch, jetzt musst du auch hier rein, ne? Ah doch, komm mal jetzt hier auch. Nee, ich kann den Knopf hier nicht setzen. Nee, das stimmt wohl. Aber irgendwann muss das doch bringen. Warte mal, wenn du da, da, mach mal auf. Wir sollten uns vielleicht erst mal das... Doch, mach mal auf. Mach mal auf. Mach mal auf. Mach mal auf. Komm mal raus und, genau, hol dir erstmal den, das, das, das Steinchen. Das letzte Plan. Was aber, glaub ich, auch nichts bringen wird. Ach doch, da oben ist der Steinchen. Doch, natürlich bringt das was. Waaah. Guck mal, du fällst sogar freiwillig runter. Voll erschrocken. Jetzt muss ich da hoch. Ah nee, geh du da mal hoch, genau. Und dann lieb ich dir das. Dann musst du mal Steinchen mitgeben. Nee, nee, du kannst dich durch die Abführung mit dem Ding. Dann geht das ja kaputt. Ja, ja, ja. Okay. Das macht jetzt schon mehr Sinn. Sooo. Nee, jetzt muss ich... Na ja, spring du mal. Dann setz dir mal zwei Portale, bitte. Dann setz ich dir eins und... Und daneben direkt. Da. So, und ich setz dann hier zwei. Genau. Dann springst du. So. Springst in einem durch, genau. Musst du nur irgendwie zurückkommen, ne? Ähm. Ah, hier ist ne Wand. Woll grad sagen, hast du bei dir ne Wand oder so? Ja. 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 Ja, 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 ja. Ich weiß zwar nicht, wo wir uns jetzt bewegen, aber cool. Weil wir wahrscheinlich das Level abgeschlossen haben. Ja, weil wir so talentiert und wunderschön sind. Let's do's vor allem. Ja, vor allem wunderschön. Und Intilent, das darf man nicht vergessen. Intilent sind wir auch. Intilent ohne Ende. Ja, wie. Abgeschlossen. Darauf erst mal einen Schluck trinken. Prost. Und blasen. Das Greck. Achso. Sag das doch direkt. So, hab ich's ja noch angefügt. Wusstest genau, was ich denke. Ja, das war, äh, relativ einfach zu erraten. Auch wieder wahr. Leck, 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 leck. Warte mal. So. Ich mag diese Lacks nicht. Ähm. Das muss ich grad mal gucken. Das kann man sogar alleine schaffen hier, ne? Mhm. Das find ich immer wieder hoch. Was suchst du da? Ich will was ausprobieren. Lass dich mal da hoch. Mach mal keinen Portal. Ich will was ausprobieren. Okay, das Gelbe darf ich jetzt setzen, ne? Richtig. Na! Okay, jetzt flieg ich schon mal unendlich. Das ist gut. Ja, ich bin drüben. Nice. Du darfst jetzt selbiges tun. Oh, guck mal, was da kommt. Nee, jetzt nicht mehr, weil die ganzen Portale weg sind. Ja, wir müssen ja da hinten auch noch das Ding erstmal benutzen. Bring den mal mit. Hä? Ja, das ist der Plan. Wenn du deine Portale setzt, kann man ja auch einfach rüberschießen. Das weiß ich, ne? Ja, ich kann aber keine Portale setzen. Warum kannst du keine Portale setzen? Portale stehen doch noch hier drüben. Da ist eins und da ist eins. Na gut. Dann muss ich nur die hier beiden setzen, hier die beiden setzen. Dann passt das. Sagst du so? Ich hab keine Lust den zu tragen, Mann. Auch wieder wahr. Du schaffst das. Das andere war da. Das andere war da. Und dann machen wir jetzt jetzt Film. Fliegwürfel. Awesome. Und ich hinterher. Äh, jetzt muss ich den mal wieder runter bringen, ne? Meinst du, ich treffe das so? Ja, das mach ich. Ne, ich mach das schon. Krap. Dann mach du's. Portale stehen. Ja, es wär andersrum wär besser gewesen. Glaub ich. Äh, wenn die Portale stehen durften können, wie sie waren. Lülülülülülü. Ich komm ja schon. Ich bin on the fly. Habt ihr die beiden gemacht? Wuaah. Wuh! Oh. Ja. Ja. Pfff. Ich will wieder am Anfang. Setz dich bitte nochmal. Gut gemacht. Setz dich bitte nochmal. Ich dachte, du hättest dich noch nicht gesetzt. Das fand ich jetzt lustig. Na, was machst du da? Du bist Arschloch. Jetzt noch nicht, du setzt so um. Na gut, jetzt ist sie richtig. So, jetzt stehen sie richtig. Guten Tag. Guten Abend. Ich find's ja toll, dass man immer irgendwo irgendwie langkommt. Neuer Versuch, neues Glück. Mann, 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 Mann. Ist auch wieder schwer heute. Also, meine stehen jetzt richtig, ne? Ja, meine jetzt auch. Guten Tag. Ne, mit dir klatsch ich nicht ein. Scheiße. Tust du wohl. Scheiß Spiel, hab ich einfach da hingeportet. So gehört sich das. Du bist böse. Hui. Ja, fliegen. Einfach mal ausknüpfen. Oh, guck mal, was da kommt. Fliegen. Oh, wir müssen das abbestimmen, glaub ich. Fliegen. Guck. Ich glaub, den musst du abfangen. Fliegen. Ah, du musst ihn abfangen. Huch. Ja. Schieß du mal. Die beiden stehen, ja. Du musst ihm also... Ah, ich glaub, es war etwas zu früh. Naja, sicher. Du musst wieder zurückspringen, ne? So. So. Ich... Ah, guck in die falsche Richtung. Schau mal hin. So, jetzt guck ich nach hier. Was ist denn los? Oh, oh, kriegst du... Du hast ihn gerammt, Alter. Verdammt. Ich habe in die falsche Richtung gekommen. So. Es war so gut getimed. Es war so gut getimed. Es war so gut getimed. Das war sehr lustig. Ah. So. Jetzt mal guck... Lass mich erstmal in die richtige Richtung gucken, wenn ich fliege. Aber wenn ich in diese Richtung gucke, dann guck ich da in... Warte mal, das heißt jetzt muss ich so gucke. Du drehst dich eh wieder vorher. Ja, aber ich kann mich dann schon mal in die richtige Richtung drehen, so. Das heißt jetzt gucke ich so... Ja, jetzt mach ein Timing. Hab ja schon. Ich hab drauf gedrückt. Ja, aber nicht bekommen. Er kommt! Jetzt hab ich mitbe... Oh! Nice! Wie lässt ihn los, dann hau ich dich. Au! Ich komm rüber. Äh, ja. Hast du gut gemacht. Ja, ich bin auch sehr stolz auf mich. Ja, definitiv. Toll, ich hab voll... Hehehe. 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 Also. Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Sooo. Das stimmt nicht. Hat der Tanz erlebt, die Befassung in Aufwand? Das war schwierig. Das war schwierig, wenn man einfach den Stein nachher in die Fassung zu setzen. Oh mein. So. Erstmal strecken. Oh Gott. Ja, da sagst du was. Herrlich. Sehr bescheuert. Herrlich. Ich find das gut. Hehehe. Ich auch. Du musst lachen. Hehehe. Denk dran, mich gleich zu erinnern, dass ich schneiden muss. Die Fingernägel. Ne, den Part. Ah, okay. Jetzt vergesst ich das wieder. Gott, nie los. Ist doch egal. Erstmal uns vor drauf drücken. Ach, wir müssen dagegen springen. Du bist das beste Roboter-Modell. Wow! Dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Gut. Jeder auf seine Seite und los geht's. Boah, sowas von Synchro, Alter. Wir sind toll. Äh. Ah. Ne. Da oben gibt's was. Ja. Und da gibt's was. Was hast du drin? Alter! Zieh den Kopf ein. STRG ist ducken. Ich weiß. Ich bin geduckt. Alter, ich hab Angst um dich. Ich guck grad, ob man damit irgendwo hin zielen kann. Ich bin grad verwirrt. Da oben haben wir ja auch noch was. Ja, ich weiß. Der Strahl da muss ja da rein. So. Was seh ich ein? Ah, warte. Ne, da kannst du nicht hin, ne? Warte, dann muss ich das... Ah, du musst das im Stehen machen. Idee. Ja, ja. Warte. Ich warte bis die wechseln und dann steh ich auf. Ja, bitte. Ich fahr nämlich grade hoch. Ja. Jo, sehr gut. Das war nicht so gut. Das war nicht... Das muss ein bisschen mehr. Ja, denn du hast dein Portal weggemacht. Ich konnte nichts machen. Oh! Du musst Portale setzen. Ja, das ist eine Idee. Komm mal her. Bin unterwegs, bin unterwegs. Ohne zu sterben, bitte. Dauert Pause. Ich will den Laserstrahler rein geraten. Nein! Doch! Oh, du Troll. Es waren nicht die anderen Teilen, die mich getötet haben. Oh, oh! Dann musst du das ganze Ding nochmal... Ah, hier kannst du einfach durchlaufen. Ich hör grad sagen, ich kann doch noch... Ich brauch einmal... Ja, genau. Und da oben. Ich kann einfach die machen. Warte mal, wo ist das dann? Da. So. Genau. Ich muss da und da eins mal. Ich zieh den Kopf ein. Der Kopf ist immer eingezogen. Ja, der Laser hat mich getötet, nicht die Teile hier. Okay, stell dich hin. Äh, das ist zu hoch gesetzt. Ah, doch nicht. Ich beeime mich. Muss warten, bis es ganz oben ist. So, ich springe. Bin durch. Ich weiß. Kannst du da oben Portale setzen, oder muss ich zu Fuß nachkommen? Ah, der hast du deaktiviert, okay. Und jetzt so, bam! Ah, das ist ja böse. Ich weiß. Was passiert hier? Ah, die Tür geht auf, ist ja super. Cool. Ich spring nochmal. Cool. Oh, daneben geschwommen. Ich spring nochmal. Mhm. Halt dich für eine ganz kreative Idee. So you can. Ist dir ne Wand, oder was? Äh, war ich jetzt von ausgegangen, aber nein ist es nicht. Keine Wand? Ich sehe keine. Wie komme ich denn dann zu dir durch? Das frage ich mich auch grad. Jetzt bin ich verwirrt. Ich spring nochmal dagegen. Ich komme nochmal zu dir in den Raum. Jetzt bin ich verwirrt. Ich mag das Spiel nicht. Ich kann selber durch. Nee, schaffe ich nicht. Nee, nee, eben. Oh Gott. Ist wahrscheinlich irgendwas total einfaches. Wenn der jetzt einfach nur zu doof ist. Den Stein mitnehmen und drauflegen. Zum Beispiel. Wäre so eine Idee, ne? Verdammt. Manchmal bin ich doch ein bisschen klug. Aber auch nur manchmal und auch nur ein bisschen. Ja. Du hast übrigens eine sehr lustige Wackelantenne am Hintern. Nee. Doch. Nee. Doch. Die wackelt mir, wenn du leust. Warum guckst du mir eigentlich auf den Arsch? Schmuchtel. Sie hat so gewackelt. Ja, ja, ja. Red dich nicht raus. Guck da. Da sieht man sie. Ich weiß. Ich kenn die. Ja. Da, da. Mit dem Finger drauf. Ich hab mit der Maus gerade umrundet. Achso. Ich würde doch alle schön wissen, was ich meine. Ja, das ist dort drauf. Warum winken wir uns eigentlich die ganze Zeit gegenseitig? So toll finde ich dich jetzt auch nicht. Und drehen uns im Kreis. Das kommt bei euch schwer viel zu. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Bam. Ah, ich mag das Level nicht. Ach, das ist aber relativ entspannt. Das sagst du so. Ich weiß, dass wir hier fliegen müssen. Ja, ich weiß, dass wir mit dem Laser rumspielen müssen. Wuii. Ja, ich bin drüben. Ich bin tot. Ich bin drüben. Okay. Wo komm ich jetzt raus? Huch. Äh, wo bin ich? Ach. Ach. Da unten bist du. Ja, ja. Voll verwirrt. Wenn du da entlang gehst, bist du wieder hier oben bei mir. Das wollte ich ja auch. Achso, cool. Dann spring ich mal runter. Na. Tust du doch. Ich fand die lange Strecke am Anfang so schön, dass es mich... Ne, das Ding ist... Klatsch. Bist du schnell, Alter. Ja. Äh, hier. Da muss man fliegen tun. Genau. Und unten auch. Richtig. Mach du mal eins nach da rechts. Ja, gerade wir sind voll. Dö. So. Äh, du fliegst gegen Knopp und ich flieg rüber. Ja. Versuchen wir unser bestes. 3, 2, 1, let it rip. Ja, komm, mach. Wird schon schief gehen. Das war super. Knopp ist activated. Nein. Unfähiger Mensch. Äh, wie komm ich jetzt rüber? Mit Gelb. Warte. Verdammte Scheiße. Nochmal. Alter. Mal gucken, was das Ding kommt. Ja, ich aktiviere sowieso erstmal danach. Komm mit irgendwas. Verdammt. Ja. Abs. Sehr nice. Aber Junge. Jo. Äh, jetzt bin ich durch. So. Bin da. Äh. Da. Äh. Ja. Hab's. Da hinten auf die Wand. Ah, ich muss es festhalten, ne? Erstmal. Dafür schon. Du musst rüber. Was, wie, wo, rüber? Du musst rüber. Hinter dir ist ein... Ja, Ventilator hat angehalten. Ja, eben. Da kannst du runter. Der Anlauf, denkt man zwar immer, reicht nie im Leben, aber es klappt. Ja, erstaunlicherweise. Komisch, ne? Mhm. So, und jetzt muss ich doch irgendwie nach da hinten, ne? Oh. Wissen du. Da bist du. Ähm. Warte mal. Ich glaube, du hättest vorher ein Portal setzen müssen. Hab ich. Aber da ist ein, äh, Kabuff-Ding. So ein Schutzteil. Ach so. So eine Flimmerwand. Ne, das geht irgendwie anders. Ähm. Ich muss jetzt ein Portal setzen und du musst scheiß die Wand anschießen. Ähm, ähm, ähm. Du musst mit dem Laser... Du müsstest hier hinten... Du siehst, wo ich bin, ne? Ich komm da nicht rein. Ach so. Okay. Komm ich nochmal grad nach hinten hin. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte, warte, warte. Ja, genau. Geht das so? Komm ich da irgendwo hin? Äh... Ah, das war grad fast im Kopf abgesenkt. Aber ja, es geht... In die Richtung. Jo, bleib so. Äh, ich muss mittig. Ich, äh... Ja, wäre besser, aber ich kann auch einfach hier ein bisschen umziehen. Ah, warte mal. Ne, geht schon. Mach mal. Ja. Okay. Ich komm jetzt mittig. Ich hab mich anders positioniert. Ah ja, gut. Wo muss ich hin? Da, oder? Mach einfach, lass mal so da. Ich, äh, probier aus. Jo, getroffen. Jetzt müsste das Ding für immer aus sein, ne? Genau. Jetzt kann ich da nämlich auch rüber. Jo, das ist der Plan. Ja. Da müssen wir hier nämlich den Countdown setzen. Zaka! Aua. Bin da. Wir müssen jetzt den Countdown. Jo. Ja, abziehungsweise gleichzeitig drücken. Juhi! War das nicht schön? Nein, war es nicht. Ich weiß. Wir sind zu gut, Alter. Ey, weg mit dir. Ich drehe mich mit dem Treffen nicht mehr um. Ja, ich seh's. Du, 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 du. Ist das für ein CD? Ja. Hier. Habt ihr, explodieren wir wieder. Juhu! Yippie! Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch ansehen. Nö. Jetzt explodier ich wieder, weil ich hier durchgehe. Oh, schade. Oh, Bampen! Siehste. Soviel dazu. Miss Gnados hat uns getötet. Miss Gnados schon wieder. Die Olle von uns. Schleichwerbung, die zweite. Ich hab mich eigentlich dafür bezahlen lassen. Jo, seh ich auch so. Musst mir mal beantragen. Jo. Bezahlst mich bitte. Jo, doch. Ich hab Werbung gemacht. Ich würd gern 5 Euro. Ich will die Zahlung an. Gib mir Geld zu sein. Für die Werbung. Sollen wir hier nen Quad machen? Jo, ich bin dafür, dass ich mir hier gekauft mache. Okay. Sind wir das nächste Mal bei Welt 3 richtig? Waaaaaah! Hajime! Komplett rutscht das. Alles klar, gut. Dann verabschieden wir uns hier erstmal. Und wir sehen uns dann bei Welt Nummer 3. Richtig, richtig. Reingehaut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.